Ja, das stimmt. Hallo Leute, willkommen zu einer Folge von Fortnite. Ja Leute, ne neue Season hat begonnen. Chapter 4 Season 4. Ähm, ist schon etwas länger her. Ich spiele jetzt meine allererste Runde zusammen mit Edis heute. Guten Tag. Ähm, und der Bad Pass sieht eigentlich ganz nice aus, aber ich werde mir den nicht holen. Ich meine, ey, nur dieser YouTuber, dieser, wie heißt der nochmal? Dieser Karpio oder so? Der hat jetzt einen neuen Fortnite-Skin. Kaby Lane, genau. Alter, der hat, das feier ich. Ich weiß schon, ich kenne den. Ich feier den Skin aber auch schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber trotzdem, der Skin ist eigentlich ganz geil. Ich werde mir den Bad Pass nicht holen, weil ich spiele jetzt nicht so auf Fortnite. Und tut mir leid, Leute, dass in der letzten Season echt so wenige Videos kamen. Ich bin aber sehr, sehr beschäftigt gerade mit was anderem. Im Moment sehr ein GTA Online-Hype, Minecraft-Hype, aber das will sowieso demnächst vergehen. Und dann habe ich nur noch Fortnite und God of War. Gut, Edis, was geht so, wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen und gehört. Ähm, das letzte Mal haben wir uns gesehen. Heute Nachmittag. Und es ist halt mal heute in der Nacht, ja. Äh, gar nicht. Wir haben am Ende gespielt. Dann wollten wir ja an Fußball, ähm, aber einige hatten, äh, keinen Bock. Yo, Jäger, wie das hier aussieht. Welchen Ort hast du noch nicht? Ja. Aha. Okay. Okay, ich würde sagen, dass das hier persönlich nicht mehr ist. Wir gehen halt nicht hierhin. Okay, es ist bei dir so eine Coop-Season, also so ein, wie heißt das? Raubüberfall-Season. Finde ich eigentlich ziemlich geil, obwohl wir sowas ähnliches schon mal hatten, glaube ich. Und der Ort sah auch im Trailer sehr geil aus, muss ich sagen. Genau, und, äh, noch was Leute, wir wollten eigentlich das Video heute noch mit Marcel und Aylin schmücken, aber, ähm, ja, es war gerade, ne. Es ist, ja, es war nicht alles Gold, was glänzt, sagen wir es mal so. Okay, das ist schon weit weg. Ich glaube, es war ein Fehler, da hinzugehen. So. Ein Monat für eine Season ist sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Oh, ich habe eine neue Waffe. Ah, okay. Oh, hinter dir ist, glaube ich, jemand. Ach, ich habe vergesst, ich spring hier so wie in die Minecraft, Alter. Doppeltklicke nach vorne, anstatt ich muss hier drücken, nicht im Kopf. Die ist ja, die steuern ganz anders. Oh Gott, hier. Ach, Leute, ich, ach, hier sind Bosse. Okay, diese Waffe ist gar nicht mal so schlecht, die ich hier habe. Hätte ich auch so lange zu mir gespielt. Okay, aber braucht lange zum Nachladen, diese Waffe. Und ich habe auch so einen Koffer gesehen, der soll auch ganz geil sein. Alter, ich kenne die Steuerung null, Alter, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich habe null die Steuerung gekannt. Stark jedes. Wie kann man eigentlich nochmal seinen Rucksack öffnen? Führung, der kommt jetzt. Oh, oh. Ja, schade. Machen wir nochmal? Machen wir gleich nochmal bereit. So. Na, ich habe die Steuerung komplett vergessen. Wie switchen wir nochmal Waffen auf einen anderen Slot? Weißt du das? Ah, okay. Ich habe gerade die ganze Zeit in 3-Hack gedrückt. So wie bei Minecraft, den Inventar öffnen. Also, ich habe so... Die Minecraft. Ich denke immer nur an Minecraft-Tasseplot quasi. Der Typ hat auf jeden Fall ein Koffer. So, dann gehen wir einmal hier hin. Äh, wie heißt es? Rentless Recruit. Sands. Ja, sieht echt so aus, ne? Oder an was... Was gibt es noch? The Shark ist das nicht so wirklich. Ja, doch ist Sweaty Sands so, ja. Doch, das sieht wirklich aus wie Sands ist. Denkst du, die haben das so ein bisschen nachgebaut? Das ist... Ne, das ist viel kleiner als Sweaty Sands, aber... Und bei Größen ist das eine ganze Stadt. Bro, aber alter, wenn in dieser Villa wohnt, alter, der kann sich ja auch geistrank nennen. Bisschen Rift. Hey, aber wie viel Geld muss man für so eine scheiß Villa haben? Das ist echt geistbar. Aber ich glaube, in real life, niemand aus dem Meer hat so ein Geld, ne? Ich wohne ja in so einer geistenskranken Villa. Du hast ja mal bei mir zu Besuch jedes. Oder? Oh, ich komme, ich komme, ich helfe dir. Oh, snap, ich habe mich vor diesem Wolf erschrocken. Ich komme, ich komme. Du hast direkt schon Level wieder gemacht, ich bin nicht. Nur mal bei eins. Alter, bei mir ist irgendwie die Sanity viel zu krass eingestellt. Oh, oh, oh. Okay. Ich habe... Jetzt weiß ich, wie man diese Scheiße wechselt. Alter, ich habe sowas von vergessen. Uuh, alter, was gibt es denn hier? Das sind alles neue Waffen. Oh, und die alte Pump. Oh Gott, ah, das bist du? Oh, das bist du. Digga, habe ich mich irgendwie erschrocken, Alter. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Alter. Was ich sagen, was stimmt, du warst ja mal bei mir. Oh Gott, weg damit, weg damit. Das ist irgendwie so eine Laserkanon. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, das Ding auch. Wir sehen uns nicht an. Oh, doch, es sieht mich an. Okay, ist kaputt. Du warst ja mal bei mir zu Besuch. Okay, sehr stark. Du warst ja mal bei mir zu Besuch. Und du hast ja gesehen. Bis zum Klo brauchen wir fünf Minuten. Das ist echt geil, Skann. Oh, das ist eigentlich gar keine schlechte Waffe. Hier brennt es. Gut markiert. Alter, okay, die Waffe ist doch nicht allzu super. Also für so Nachkämpfe. Nicht die beste auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich? Oh Gott. Okay, das ist auch geil. Für 25 Sekunden. Digga, ohne Witz Action. Ich habe so lange nicht mehr vorhin gespielt. Es ist so geistig, die Action. Der habe ich richtig vermisst. Ich wurde markiert. Shit. Oh Gott, Tür. Ich habe nur eine Waffe. Ich habe die andere fallen lassen. Das ist der Idiot. Ich habe ihn. Ich töte ihn. Okay. Ich töte ihn mal komplett. So. Okay. Er ist one shot mit Pump. Aber ich auch. Ich bin auch. Ich bin tot. Er ist one shot. Sehr stark. Wo, 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 wo? Alter, drin. Sehen, ich sehen, sehen. Der ist los, der ist los. Aber ich auch. Ja, ja, das kommt nicht los. Alter, wenn ich jetzt an dem sterbe, das wäre so unangenehm. Noch eine, noch eine. Es sind zwei, zwei, zwei. Der eine ist komplett los. Oh, den hier. Schade. Schade. Oh, die waren ja beide so lost. Das ist peinlich. Naja, egal. Ja, danke schön, Leute, für's Zuschauen. Vielleicht werden es wieder zu diesen mehr Videos sehen. Ich habe noch nicht wirklich alles mir angesehen. Ein bisschen kürzeres Video, aber ich glaube, es hätte ich gewohnt. Gab auch nicht lang kein kürzeres mehr. Ich habe noch ein bisschen lost, dann. So. Ja. Was denn? Iris, hallo? Iris? Ach so. Okay, passt. Ja, dann bis morgen, ne? Der Level 100 sieht auch geil aus. Der Level 100-Skin sieht auch geil aus. Ciao, ciao, bis dann. So. Lieb ich einmal die Gruppe hier. So. Kann ich jetzt einmal, ich will joinen, oder? Gut. Ich join jetzt einmal da, Leute. Und wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Ähm, ja, ne? Bis dann. Tschüssi.